Außer 2, ne? Wir finden hier kein Eis Wir finden hier kein Eis Ich will mir in die Richtung, in die ich suche Da unten Irgendwo 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 da unten Ich glaube, wir haben sie gefunden Die Uranhöhle. Wie ist das? Okay. Okay. Schätze Eine Kiste Eine Kiste Gucken, dass wir wenigstens so viel mitkriegen Ach, hier geht's raus Sehr gut So Den braucht man nicht unbedingt mitnehmen So, die nochmal vor ist aber zum Bauen Eine Lampe Wenn ich den Eingang schneller finde Dass ich mir da eine Lampe hinbauen kann Eisen und Magnesium, gut Uh Oh, das ist mir da Oh, das ist mir da Das war's. Wir haben kein Wasser, also Wasser muss reichen, solange es geht. Wir haben kein Wasser, aber wir haben kein Wasser. 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 Jooo Eisen und Silizium Scheiße Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich bin Verliere ich das nächste auch noch Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin Ich habe keine Ahnung, wo ich bin So, wo ist die Hütte Wo, wo war das ey Mama mia Find ich doch nie wieder Ich weiß noch nicht mehr in welche Richtung ich laufe Was ist das denn hier ey Wo bin ich Ich weiß nicht, wo ist die Hütte 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 von mir sein. Aber auch ohne Wasser. Die Schätze bleiben erstmal hier. Die Schätze bleiben. Was habe ich? Kein? Ach, jetzt bin ich wieder unten an der Lichthöhle. Warte. Da. Da hoch. Das war der Knacken.